guten morgen freunde tag zwei ganz interessanter roadtrip ja nacht ja dann noch eine abenteuerliche suche nach unserem schlafplatz haben dann müssen in einer ausweichquartier ausweichen haben sie hier beim team unterbekommen und seiner freundin das war natürlich super toll von den beiden es ist hier popo kalt viel kälter als im schwarzwald also noch einmal ritschi meckern in furtwang wäre es kalt dann schicke ich ihn wieder hier her alter schwede das zieht hier wie hechtsuppe aber hier sieht man mal schön die alte messerstadt hier in den in den berg reingebaut sehr schön tolle gästle haben sie hier wir werden heute mal ein paar alte messerläden anschauen aber jetzt brauchen wir erstmal einen starken schwarztee dass wir hier wach werden aber eine verdammt kurze nacht eine unruhige nacht laut ungewohnt halt aber naja schön also freunde holt euch ein tee dann geht's los this is our latest collaboration with team and it is wood burning we have a machine and this one was inspired by this test like i did the little dots and we thought it was just like dragon skin so and the wood was like tiger so we tried to to represent the tiger and dragon it's not finished i have to think yet to what to do on this side but it's what we are working today and this is just some test plan where i do everything the little laces thank you the little lacing and nordic do you have nordic to share and this was the first one i did it skulls because it's really a pattern i'm very comfortable with so we we begin by something that's easy for me it's the very first wood burning i made and then we decided to go a little more abstract with this kind of waves or clouds and then for the nordic it's a very it's a very well old model of his but usually he didn't make wood burning and he wanted me to add the little laces for the wood burning this by the way is his first uh one of his first handmade damascus it's really i i'm really happy on how it turned out i think it's very gorgeous and that's it this is the last one still to be worked on not very finished we are just on the way through the beautiful old city we are on the way to Tim we are on the way to Tim we are on the way to Tim we are on the way to B that's a little bit, we are on the way to thektóber we are on the way to beware but at the moment we are on the way to the other city that's really bad Tim is on the way to make the system we are on the way to the old city let's walk with such a beautiful old city now do, I think it's terrible it's uh, 80% of course closed Ja, du hast nur Chambria, die ist offen. Aber wo ist die Knife? Chambria? Nicht Knife von dir, nur von Adriel. Ich denke, sie sind aus der Stoff. Aus der Stoff? Ja. Nur von dir, nur von Pierre, nur von Adriel. Ja. Ja, von Adriel. Ring, 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 ring. Du hast 100 Knife von Adriel. Ja, gut. Das ist ein anderes Preis. Ja, klar. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Ich weiß ja nicht, wo es hochgeladen wird. Beim Dennis oder beim 2x2jels. Wir haben ein bisschen WLAN-Probleme und Unterkunftsprobleme gehabt. Jetzt sind wir hier im bekanntesten Laden von Thiers. Das ist Chambria. Und ich hatte vor einigen Jahren ein Messer gesehen. Das haben die hier gemacht. Das ist Eigenproduktion. Und da würde ich gerne eine Serie bestellen. Und jetzt suchen sie gerade. Weil das war ein Messer mit Tropfenform. Ein klassisches Slipjoint. Und da bin ich jetzt auf der Suche. Das ist unsere erste Station heute in Thiers am Freitag. Und jetzt gucken wir halt mal, was es alles noch so gibt in Thiers. Momentan, wir waren gerade mit Tim in der Werkstatt. 80 Prozent ist geschlossen im Herbst hier in Thiers. Das ist eine reine Touristenstadt. Eigentlich haben die nur von Frühjahr bis Sommer offen. Das ist ein bisschen traurig. Wir wollten euch etwas mehr zeigen. Aber es gibt auch noch die Corona-Situation. Wir sind ein bisschen erschrocken, dass so viele Geschäfte oder auch Messerläden oder Messermacher geschlossen sind. So, jetzt kommt der Kollege. No? Ich bin entschuldigt. Ich bin entschuldigt. Ich habe noch mehr. Okay. Aber er kommt. Er kommt zu dir. Okay. Und vielleicht wollen wir orderen 30 Stück für unsere Show. Ja. Ja. Kein Problem. Wenn Sie wollen, dann sehen Sie. Okay. Aber Sie haben eine Bildung von meinen Freunden? Das war sehr unig. Ja. Ja. Ich habe sehr vieles Zeit. Ich habe sehr vieles Zeit. Hallo. Ich habe letzte Jahr gesehen, das Knife in der Tür. Und ich habe es nicht gesehen. Und ich erinnere mich, dass ich jeden Tag dieses Knife habe. Und vielleicht können wir eine spezielle Serie für Tums für Schätze. Ja. Ja. Ja, die Polizei hier ist mir sympathisch. Die fahren Taster. Ein Polizeitaster. Wie geil ist das denn? Das Rathaus wird gerade renoviert. Ja. Die müssen hier ein bisschen was machen. Viele alte Häuser. Wo lange nichts gemacht wurde. Inzwischen drin. Touristen. Hallo. Wow. Was für ein Blick von hier oben. Bis zum Horizont, wo wieder eine ganze Gebirgskette ist. Wow. Die Stadt ist groß, aber verteilt sich hier in diesen riesigen Berg hier rein. Hier oben. Überall Häusle. Da unten dann die neue Stadt. Hier oben die Altstadt. Hier oben. Ganz am Horizont. Umschlossen von einer Bergkette. Keine Ahnung, was das ist. Wer es weiß, kann es ja mal reinschreiben, was hier gegenüber von der Auvergne liegt. Richtig groß. Richtig hoch. In der Mitte. Holy moly. Nice. Schön hier. Ja, viele alte Häuser, die würden richtig gut aussehen, wenn man die mal ein bisschen renovieren würde. Sonst verfällt hier alles. Aber ist klar, wenn natürlich die Jungen wegziehen, dann geht hier das Business nicht mehr vorwärts. Grün. Viel Wald, viel Bäume. Wirklich schön. Ja, okay. Und wenn man einfach mal fünf Meter weiter läuft, dann hat man die Antwort auf alle Fragen. Da hat sich nämlich ein Künstler verewigt und hat hier alles abgemalt. Und da ist jeder einzelne Berg benannt. Und die großen Berge sogar mit Töneangaben. Der ist 1465. Der Puy des Dômes. Da drüben haben wir den Puy des Dômes. Hier sehen Sie den Spiegel so. Der große Brock in der Mitte. Naja. Die Auvergne. Da gibt es eine schöne Doku. Die scharfen Klinge der Auvergne. Könnt ihr mal bei YouTube eingeben und anschauen. Das spielt hier. So. Jetzt gehen wir mal weiter. Ja, ich liebe ja diese kleinen autofreien Gäste hier mit den alten Häusern, so wie in Konstanz. Da haben wir auch hier leider viele Geschäfte zu. Aber hier an der Straße geht es mal. Also wenigstens mal mehr Geschäfte befüllt als leer. Ja. Na ja, das ist schön. Mit alten Fachwerkhäuser hast du schon das Problem, ich weiß nicht wie es in Frankreich ist, mit Denkmalschutz. Dann kannst du vielleicht nicht mal was machen, weil hier der Denkmalschutz in die Suppe spuckt. Ja, nee. So nicht, Herr Hoser. Renovieren? Nee. Geht immer gar nicht. Ja, aber hier auch geschlossene, verweiste Messergeschäfte. Die ganze Straße runter. Ja, wir gehen mal irgendwo was, einen kleinen Happen essen. Ja, und hier sieht man mal die Klingenschleifer damals, was für anstrengendes war. Die waren da immer über diesen Schleifstein, die meistens dann über Wasserkraft angetrieben wurde. Das war immer eine total kalte Arbeit, darum hatten die immer große Hunde dabei. Ah, hier sieht man es sogar. Die hatten immer Hunde dabei, die dann so auf die draufgelegen sind, um sie warm zu halten. Und das war Knochenarbeit und höllisch gefährlich, wenn, es kam immer wieder mal vor, dass halt nach viel Schleifarbeiten irgendwie so ein Schleifrad verschließen war und dieses Ding regelrecht explodiert ist und hat viele Schleifer das Leben gekostet. Knochen-Shop war das früher. Ritchie ist schon wieder am Zertifanieren. Naja, hier eine alte, wahrscheinlich eine Kirche oder sowas. Oh, da war irgend so eine Kirche, würde ich sagen, mit Kreuz oben drin. Bisschen so ohne Kirchturm, wie man es bei uns kennt. Aber schöne Kirchenfenster noch drin. Sieht auch ziemlich alt aus. Ja, das ist hier so ein bisschen außerhalb der Saison. Oh, schönes Gebäude. Jahrhundertwende, 1909. Mir gefällt dieser Baustil, damals um 1900 rum. Noch ein bisschen klassisch alt, aber auch schon das neue Jahrhundert drin. Gibt es in Konstanz ja auch so schöne viele, ganz alte aus dem Mittelalter. So ist jeder im Jahrhundert. Das war total ruhig, total leer. Man würde nicht meinen, dass hier morgen eine der größten Messermessen stattfindet. Ich habe das Gefühl, wir sind hier die einzigen Touristen. Wir haben noch ein anderes deutsches Pärchen gesehen. Dann sind es irgendwie nur wir und morgen soll hier unten in der Messehalle die Hölle los sein. Ich bin gespannt, wie viele da wirklich kommen. Reisebeschränkungen sind hier gerade keine. Ich bin schon gespannt, wieder mal schön auf eine Messermesse. Die IWA ist jetzt halt auch schon eine Weile her gewesen. Das war 19, 20 ist alles ausgefallen. Jetzt freue ich mich schon auf die IWA 22. Schöne Kirchenfenster. Innen drin die Grundkirche, wahrscheinlich noch älter als der Außenbau. Man hat ja früher immer relativ lang an Kirchen gebaut. Manchmal sieht man auch schöne Kirchen, wo in einer Kirche zwei Stiege verbaut wurden. Weil sich zwischendrin einfach mal die Kunst weiterentwickelt hat. Hier sieht man auch unten im Erdgeschoss haben wir zum Teil noch Spitzbögen verbaut. Und nach oben Rundbögen. Ich bringe es jetzt nicht mehr ganz zusammen wie das war. Aber sieht man oft in Kirchen, den lange gebaut oder umgebaut wurde. Erdgeschoss nach Spitzbögen. Je weiter nach oben verändert sich das Stil. Ja, schönes Deckengewölbe. Das ist eine Arbeit. Richtig aufwendig. Hatten wir mal in der Schule. Glas, Malerei, Gedöns. Da brauchst du auch Nerven für. Nichts für mich. Okay, reicht wieder. Ja also, jetzt sind wir hier beim Tim. Hier ist seine Werkstatt. Aber er macht gerade Mittag, oder? Da wartet schon der Erste, dass er in die Hausparty kam. Und wir sind eigentlich hier immer Pfannkuchen essen gegangen. Das nennt sich ja hier Crêpes in allen Variationen. Und was ist? Die haben geschlossen bis 6. September. Oder was steht da? Oktober. Genau, nächste Woche machen die wieder hoch. Also steht es ja. Geschlossen vom 19. September zum 6. Oktober. Genau, jetzt machen sie Betriebsserien. Und das ist hier nicht so einfach ein gutes Restaurant zu finden. Und das wäre so superschön direkt gegenüber von seiner Werkstatt. Da könnte man wunderbar essen gehen. Hier, Crêperie. Ja, das ist eine schöne Ecke hier. Das heißt, wenn ihr mal hier seid und sucht seine Werkstatt, könnt ihr ganz leicht finden hier. Großes, großer Fachwerkhaus. Also ich glaube dann doch, dass es hier keinen Denkmalschutz gibt. Weil rosa, pink und gelb angestrichenes Fachwerkhaus verträgt sich garantiert nicht mit Denkmalschutz. Aber cool, die haben wenigstens was gemacht. Darum sage ich auch. Denkmalschutz ist ja schön und gut. Aber wenn die Leute schon was machen wollen am Haus, dann lass sie doch machen. Alles besser, als dass es verfällt. Und du hast nachher eine Stadt voller Bauruinen. Ja, manchmal muss man einfach weg mit dem alten Scheiß und Platz für Neues schaffen. Ja, man sieht hier war schon viel Stahlverarbeitung. Hier, ne, da waren ja ganze Fabriken. Aber das ist so bestimmt in einem Tal und da ist garantiert ein Bach irgendwo hinten dran, wo sie früher die ganzen Schleifsteine und alles angetrieben haben. Sehr alt alles. Schön, gefällt mir eigentlich aber. Außer hat der Saison wahrscheinlich richtig ausgestorben hier. Früher war die Messe auch im Frühjahr. Frühsommer, da war halt wesentlich mehr los, sagt Ritschi. Und jetzt ist sie halt im Herbst. Und da ist natürlich hier Toreose, ne. Für das, dass alle Hotels und Pensionen ausgebucht sind, sind hier momentan verdammt wenig Leute unterwegs. Na ja, das ist ja so dieses Zentralmassiv. Ich habe ja vorher gelesen. Bedeckt 15% der Fläche Frankreichs, alles ehemalige Vulkanlandschaften und sind 85.000 Quadratkilometer groß. Mit Berge zwischendrin bis 1883 Meter. Also größer, höher als der Feldberg im Schwarzwald. Ordentliches Massiv. So, aber jetzt sind wir hier irgendwie an der Gelände. Escape Mysteries. Mittagspause, ne. Frankreich typisch, erst noch einen schönen Weißwein zu essen. Erst mal hier einen kleinen Imbiss einnehmen, ne. Wunderbar. Jede Menge Gläser. Schwarzwald erreicht ein Glas für alles. Pitschi hol rein, ja. Stiebrecht, was haben wir hier schönes? Mein Lieblingsmesser vom Peer. Peer Thomas Atelier Ode. Zum Essen sehr wohl. Sehr schön, also lass dir schmecken. Oh. He is in luck with this knife. And then he said, okay, we must have this. Oh, which one? Yeah, it's the skull knife. Skull knife. You are engraved, it's the skull. Okay, okay. Oh, that's nice, thank you. The mortal, the boi, it's a boi fossile, I prefer to use the boi fossile mort like that rather than the boi fossile. And I like to buy the boi fossile. I like to buy the boi fossile. And you are also gag? Das ist das, was ich gemacht habe? Nein, das ist das? Nein, ich habe es gemacht, das ist von Damas Maison. Ja, das macht alles aus. Ja, 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 ja. Der Preis sollte sein... Vielleicht, ich werde es nicht 100% bauen, weil ich denke, er wird es nach Hause nehmen. Scheri? Scheri? Ja, was für eine Odyssee. Bis wir unser Apartment beziehen konnten. Tag Nummer 2. Ja, ist okay. Ich werde mir das Sofa krallen und Richi kriegt das Doppelbett, weil ich habe keinen Bock auf Doppelbett und Richi schnarcht. Zum Glück habe ich Oberstöpsel dabei. Okay, der Ausblick ist jetzt nicht so der Hammer. Aber ey, wir sind halt hier in Frankreich. Südfrankreich. Und morgen ist die Messe und alles ist voll. Da musst du wirklich froh sein, wenn du überhaupt was zum Nächtigen kriegst. Und gestern hat uns ja Diane und Tim aus der Patsche geholfen. Und das wäre mal ganz schön aufgeschmissen gewesen. Ja, da kannst du dir auch ein Frühstück machen. Wohl bei den leckeren Croissants. Heute Morgen, die waren Hammer. 50 Cent ne. Staatliche Croissant Preise, 50 Cent. Das war natürlich klasse, lecker. Wichtiges französisches Frühstück mit Kaffee und Tee und ja. Zu den Zeiten muss man froh sein, wenn Messe hier ist. Wenn du was kriegst, würde ich mal sagen. Packen wir mal aus. Machen wir uns mal ein bisschen breit. Heute Abend werden wir hier mal schön noch wieder Video schneiden und hochladen. Mal schauen, was wir heute ein bisschen am Material gesammelt haben. Ist alles nicht so wahnsinnig durchgeplant. Sondern einfach so heute. Klasse und heute war so ein bisschen Schast vor wann. Morgen ist dann erst Messe und da schauen wir mal was da geht. Können wir eigentlich gerade wieder ausschalten. Ich kann sie verstehen nix. Vielleicht gibt's jetzt hier einen. Der Pierre. Jetzt gehen wir zum Pierre. Atelier O'Day. Und da werden wir jetzt schauen, wir haben jetzt erst Kaufrecht. Bevor die ganzen Händler um 7 Uhr am Abend kommen, gehen wir jetzt schon hin um Viertel nach sechs. Und werden uns ein paar schöne Stücke raussuchen. Guck mal, was brennt hier in Pierre oder was ist hier los? Wir sind da unten in dem Gebäude ist er drin. Da müssen wir jetzt hinrennen. Gehen wir jetzt hier runter. Das muss die schönen guten Stücke sichern. Ja, da ist er ja schon. Tschüss Insek. Hallo. Das ist Dennis. Nice to meet you. Hallo. Well, let's. Let's go. Take us, give a look. Come with me. I can't remember that you smoke. The social media and the YouTube. He has a big German channel. Okay. And he make for us videos. Yeah, I understand. I will take a look if my dog is not staying outside. Yeah, let's go inside. So, was haben wir denn schönes? Das schaut doch schon mal wieder sehr gut aus hier. Let's go inside. Let's go inside. So, so. So, so sellers already come. This is why I, that's why I, that's why I, what I can buy. What is for, what, what, what I can buy? All this one, uh, except these two, which are small one. Aber was ist mit Stoppin und ohne Stoppin? Diese 4 sind mit Stoppin? Ja, diese sind Klassiker. Diese sind schon hier. Was ist das? Was ist das für ein Modell? Das ist mein größer Modell. Er hat jetzt einen Namen. Das ist Philias. Philias. Das war ja bisher das Modell. Das war dein erstes Modell. Ja, das ist mein erstes Modell. Das ist dein Liedermodell. Das ist der Passager. Der Passager ist in meiner Hand. Das ist mein spezielles Knife von Pierre. Das sind die G10-Liners. Ja, G10. Das macht die Skala ein bisschen... Es ist nicht so zinn. Es ist ein bisschen größer. Ich mag es. Das ist Mas Valley Fat Carbon. Ja, Fat Carbon. Ich mag es. Und das ist in meiner Wallet. Und das ist mein UDC. Also, jetzt schauen wir uns an deine neuen Modell. Okay. Okay. Das war von Fixx? Ja. Alle diese schönen Piele sind von Fixx. Oh, ich sehe. Mit dem auch. Ja. Mit dem auch. Also, das ist mein UDC. Er hat jetzt einen Namen. Es ist Philias. Das kommt aus einem Buch. von Jules Verne. Ja. Und Philias Fogg ist ein Gentleman. Wir machen ein Turn around the world. Auf 80 Tage. Okay. Ah, ja. Ich weiß ihn. Ja. Wenn ich ein kleiner Junge war, habe ich diesen Film gesehen. Ja. Ja. Das ist wirklich mit meiner Idee, um eine Uhr auf den Knife zu legen. Ja. Weil, wenn Philias kommt, nach seiner Tour around the world. Ja. Er denkt, dass es dauert. Eine Stunde. Ja. Aber er hat einen Tag zurück. Ja. Ein Tag später. Ja. Ja. Ein Tag vorher. Ja. Ja. Er hat einen Tag. Ja. Und er hat einen Tag. Ja. Das ist mein Neu-Modell. Kann ich auch mit meiner Hand nehmen? Aber ich weiß, das ist sehr sensibel. Ja. Es ist schwer. Es hat eine sehr gute Haptik in der Hand. Eine sehr gute Haptik. Und dieser ist ein bisschen auf der gleichen Idee wie bei dem Passagier. Es hat keine Liners. Sehr light. Sehr light. Mit dem Sopkin. Ja. 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 Ich habe es auf Facebook gesehen. Aber du machst es hier in diesem Workshop? Ja. Ja. Also selber gemachter Kabundamast. Tim und Pierre haben hier ein bisschen trainiert. Also dieser mit meinem Damas. Du hast hier ein paar Damas. Das ist das gleiche wie dieser. Wie viele Schleier sind hier? Ja. Im Zentrum. Und dieser mit dem Satur. Es sind 360 Blätter. Okay. Und du hast ein Nickel. Ja. Und ein altes Stil. Altes Iron. Von dieser Kiste. Das ist ein Stück von Baril. Ja. Von einem Baril. Wienbaril. Wien oder Whisky oder was auch. Aber es sieht mehr aus Wien. Ich denke. Groß. Ja. Und du hast auch ein paar Läuer auf dem alten Iron. Ja. Ja. Aber du hast ihn mit einem anderen Stil. Wie ist es? Du hast den Damaskus. Du siehst. Das Zentrum. Ja. Das Zentrum. Das Zentrum. Das gleiche wie dieser. Das Zentrum. Du hast ein paar Blü-Grün. Ein paar Grün. Ein paar Yellow. Ja. Schön. 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 Das ist sehr leicht. Ja. Das ist komplett cool. Das ist gut in der Hand. Es ist eine gute Größe. Sehr gute Größe. Ich mag diesen Stil. Weil es war mehr, während der Kiste, etwas wie eine Karving. Äh. Äh. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Vielen Dank. Ich mag es. Du weißt, was jetzt passiert? Ja. Ich mag es nicht alles. Hahaha. Hahaha. Also, diese sind bereits verkauft. Ja, ja. Ich weiß. Aber wir brauchen auch diesen. Aber wenn du möchtest, wir können eine Serie machen. Ich kann 10 oder 20. Ja. Wenn du Zeit hast, ich weiß. Das ist ein Problem. Ich glaube, es wird kein Problem. Ist das das neue Damaskus? Ja. Das neue Damaskus. Das Fafnir. Und du hast auch... Das Mammut. Das Green Mammut. Das ist sehr rar. Ja. Ist es grün oder blühe? Ja. Es ist... Ja. Es ist grün. Ja. Ich weiß von Kuti von Poppel. Er hat mir erklärt. Es sind sehr rar Mammut. Ja. Und ich habe den blühen. Ein wirklich dunkler blühen. Mit einem Mokume. Ja. Mokume. Fafnir. Ein kleines Stück von... Damaskus Titanium. Da. Schön. Schön, schön, schön. Ich liebe diesen Fafnir. Und die Handlung von deinen Knifern. Danke. Und die Qualität von deinem Handwerk ist perfekt. Ja, ich weiß. Du bist ein Spezialist für perfekt. Ja. Es ist manchmal schwer für dich. Ich weiß. Es ist manchmal schwer für dich. Es ist manchmal nicht richtig. Und du musst neu anfangen. Aber ich mag das. Ja. Und das ist hier Marmos mit Timaskus. Ja. Oder was ist das? Ja. Ja. Marmos mit Timaskus. Ja. Und... Ah. Das ist dein Selbstmade? Nein. Es ist nicht selbstmade. Es ist aus Damastil. Ah. Es ist aus Damastil. Ja. Es sieht aus Sanmai. Ja. Es ist eine neue. Es ist Damakor. Ah, Damakor. Ja. Es ist RWL 34. Nein. Ja. 34 auf dem Kör. Mit einigen anderen Stil. Ja, die Liners sind ein bisschen größer. Ja, die Liners sind ein bisschen größer. Ja, die Liners sind alle unbaut. Auch die Liners. Keine Laser-Cut. Keine. Weil ich wollte ein kleiner Schraub. Und es war nicht mit meinem Fünn. Und das ist neu mit Pinsel? Ja. Mit Pinsel. Mit Pinsel. Weil es alles unbaut ist. Aber ich denke, ich werde mehr Pinsel machen. Ja, das ist mehr. Viele Leute vergessen, es zu schnell zu close. Und dann haben sie ein Problem. In dieser Bereich von der Platte. Und das ist ein Problem. Es ist auch schön mit Yellow. Ja. Der Bell war Yellow. Okay. Was ist mein Interesse? Was ist das für Wood? Es ist... Es ist... Es ist... Ich weiß nicht die englische Wörter. Es ist in französisch. Aber es ist aus Afrika. Okay. Es ist aus Afrika. Und es ist... Es ist... Es ist... Du hast viele neue Stylen. Cool. Weil... Ich habe... mehr Zeit, zu kreieren. Weil mein Lehrer Arbeit. Und... So kann ich ein wenig Zeit nehmen, um meine Ideen zu setzen. Also der Pierre macht jetzt 50%? Teacher? Ja, 50% Teacher. Also er ist jetzt... Er... Er lernt jetzt den jungen Messermachern das Messermachen zu 50% und 50% ist er noch in seiner Werkstatt. Das heißt er produziert sehr sehr wenig. Wir haben hier sehr wenige Stücke leider nur noch. Und... Das ist auch ein sehr schönes Teil. Hier wieder... Hier mit seiner Uhrzeit. Wann er es gefinischt hat. Wann... Wann du den letzten Schritt machen? Einige Leute auf YouTube haben gefragt, Wann ist der letzte Schritt mit deinem Messer? Ist es... Wir wissen... Wann du den letzten Schritt machen? Dann musst du den letzten Schritt machen. Dann musst du es cleanen. Du musst es polischen. Ja, ja, ja. Wann ist der letzte Schritt? Normalerweise... Wenn ich immer noch die Zeit habe, das ist nicht der letzte Schritt. Aber... All die Knife sind gesammelt. Okay? Es ist noch nicht schärf. All die Pfeife sind zusammen. Es ist die letzte Assemble. Und dann, ich setze die Klocke. Manchmal... Wenn ich ein bisschen in die Zeit mache, was ich mache? Ich mache es ein bisschen. Und ich denke, es wird mehr so in Zukunft. Ja. Ja. Es ist während der Schöpfung des Ender. Okay? Ich setze die Klocke. Der Mechanismus ist bereits fertig. Alles beginnt zu matchen. Und so, wenn ich... Ich mache es auf einem sehr guter Grip. Dann, ich fahre die Klocke. Ich setze die kleine Klocke. Und dann, ich verabschiede. Ich verabschiede alles, ich verabschiede alles, und dann, die Knife ist fertig. Okay? Ich geh mal gerade an. Ich bin leerzüge auf den Klocke. Schöpfung! Du spät. Ich bitte, ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Ich mache es nicht.